Avatar 2 bis 5 sind ja geplant und tatsächlich nach vielen Verschiebungen etc und Nachdrehs ist es nun soweit am 14. Dezember diesen Jahres soll Avatar 2 tatsächlich in die Kinos kommen und hierzu gibt es inzwischen auch 8 offizielle Setfotos und auch erste Bilder aus dem Film und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, die bekommt ihr jetzt hier zu sehen und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.